Liebe Kolleginnen und Kollegen, Heilpraktiker, Zahnärzte, Ärzte, Physiotherapeuten, ganzheitlich interessierte Kollegen. Ich möchte Sie heute ganz herzlich einladen zu unserem 24. HOT-Workshop in Lübeck und zwar am 28. September. Wir werden sprechen über das Mikrobiom in Zusammenhängen mit der Herzintelligenz, mit dermatologischen Fragestellungen, mit zahnmedizinischen, kieferorthopädischen, chirurgischen Zusammenhängen. Und dann haben wir vor allen Dingen als Highlight einmal den Vortrag eines Kollegen, der vor etwa einem Jahr einen schweren Schlaganfall hatte und dem die Schulmedizin eigentlich gar nicht viel Perspektive bezahlt hatte und der innerhalb von acht Wochen wieder Waldspazierende machte. Wir gehen jetzt nochmal rüber an unseren Teich. Ja, hier in dieser Ecke werden wir dann am Abend unseren Ausgang haben bei Fingerfood, bei Lagerfeuer und einem sehr netten Gitarrenspieler, der uns musikalisch begleiten wird. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Ich freue mich auf viele interessante kollegiale Gespräche. Ich denke, es wird ein spannender Tag für alle Beteiligten. In diesem Sinne, gute Anreise.